Das werde ich im weiteren Ablauf dieses Buches nachzuzeichnen versuchen. Die Rekonstruktion eben dieses Weges macht ja seinen wesentlichen Inhalt aus. An dieser Stelle ist es nur wichtig festzuhalten, dass vegetative Funktionen und psychische Phänomene, so wesensverschieden sie bei der üblichen Betrachtungsweise auch erscheinen mögen, nicht in jedem Falle zusammenhanglos nebeneinander stehen. Wenn man unter einem entwicklungsgeschichtlichen Aspekt an die Frage herangeht, stellt sich heraus, dass sie wenigstens in bestimmten Fällen nicht ihrem Wesen nach, sondern nur durch, wenn für unsere Begriffe auch gewaltige, Entwicklungsspannen voneinander getrennt sind. Wenn das aber so ist, liegt dann nicht in unserer Ausgangsfrage vielleicht sogar die ganze Antwort schon verborgen? Wenn vegetative und psychische Phänomene in bestimmten Fällen nur durch einen zeitlichen Abstand voneinander getrennt sind, sollten wir dann nicht die räumliche Nähe, in der sie durch unser Gehirn zusammengefasst sind, als einen Hinweis darauf ansehen, dass dieser grundsätzlich mögliche entwicklungsgeschichtliche Zusammenhang hier vorliegt? Wenn er überhaupt möglich ist und unser Exkurs über unser Geschmackserleben hat das ergeben, dann müsste es in diesem Falle sinnvoll sein, nach ihm zu suchen. Wenn es ihn schon gibt, dann erscheint es vernünftiger, davon auszugehen, dass sich auch unser Zentralnervensystem allem Augenschein zum Trotz so, wie die anderen Organe unseres Körpers auf einen in sich geschlossenen Funktionskreis spezialisiert hat. Wir werden daher die Vereinigung vegetativer und psychischer Funktionen in unserem Gehirn, die uns eben noch so willkürlich zu sein schien, zum Ausgangspunkt unseres weiteren Vorgehens machen. Eben die Tatsache, dass die Regelung unseres Blutdrucks oder die unserer Körpertemperatur durch das gleiche Organ erfolgt, das auch die biologische Grundlage unserer Fähigkeit zum Ziehen logischer Schlüsse bildet, dient uns als Grundlage für die Vermutung, dass diese Leitungen hier das Haus betrouw ist wie es heute components ein Spiel gegenseitig St trafik sind angeknψige Stil Körpers, die deine Einschlinige Stil Körpers her weightiert,